in dem Gebiet. Hi, versteht ihr mich alle? Ist das laut genug? Gut. Ja, also ich bin Benjamin, ich gebe heute einen Zwischenstand zur EU-Datenschutzverordnung und ja, erstmal kurz zu meiner Person. Ich studiere Politikwissenschaft hier in Berlin, schreibe seit Anfang 2013 von Netzpolitik.org und vor allem über die EU-Datenschutzverordnung. Und so hat es sich dann ergeben, das Thema auch für die DIGIGAS zu betreuen. Genau. Was ich in den nächsten Minuten tun werde, ist, euch einmal kurz auf den Stand zu bringen, Datenschutzverordnung, worum ging es da eigentlich? Dann kurz das Abstimmungsergebnis im Europaparlament einordnen, das ist der eigentliche Knackpunkt des Vortrages, das ist der große Schritt, den diese Datenschutzreform oder die Datenschutzverordnung jetzt eben gemacht hat. Und dann noch ganz kurz sagen, wie es weitergeht. Alex hat mir schon gesagt, ich habe nur eine Viertelstunde, deshalb werde ich es an einigen Stellen ein bisschen überblicksartig halten. Und den Rest können wir dann in den Fragen im Anschluss klären. Also die EU-Datenschutzverordnung. Derzeit gilt in Europa noch die Datenschutzrichtlinie. Eine EU-Richtlinie hat es an sich, dass sie erst in nationales Gesetz gegossen werden muss. Das hat dazu geführt, dass wir die 95er-Richtlinie in 27 Mitgliedstaaten in 27 unterschiedlichen Versionen haben. Wir haben in Deutschland das relativ starke, aber vielleicht nicht perfekte Bundesdatenschutzgesetz. Auf der anderen Seite haben wir die irische Interpretation des Datenschutzes. Genau. Und die irische Interpretation des Datenschutzes war scheinbar sehr anziehend für so amerikanische Technologiekonzerne wie Facebook, Amazon und Google. Und das Problem, das wir in Europa haben, wir würden gerne unsere Datenschutzrechte auch gegenüber diesen Firmen durchsetzen, müssen uns dann allerdings an die irische Datenschutzbehörde wenden. Und die irische Datenschutzbehörde, ja, es ist relativ schwer, die zum Arbeiten zu bringen, der Max Schrems, den kennt ihr vielleicht, den Wiener Student, der hat es mal versucht und es ist jetzt so etwas wie ein Lebenswerk für ihn geworden. Also der macht jetzt seit Jahren eigentlich nichts anderes mehr. Okay, um dieses ganze Datenwirrwarr in den Griff zu kriegen, hat die Europäische Kommission Anfang 2012 den Vorschlag für eine europäische Datenschutzgrundverordnung vorgestellt. Europäische Datenschutzgrundverordnung klingt jetzt nicht so sexy, ist aber eine Riesenrevolution für den Datenschutz. Denn wir, richtig angewendet, werden wir dieses Durchsetzungsdefizit, von dem ich eben gesprochen habe, nicht mehr haben. Eine Verordnung, so sie denn verabschiedet wird in Brüssel, gilt in allen EU-Staaten wortgleich und muss nicht erst in nationales Recht gegossen werden. Deshalb ist es eine Riesenchance für die Harmonisierung des Datenschutzes. Genau. Was steht in der Datenschutzverordnung eigentlich drin? Ist dann die zweite Frage, das sind größtenteils Datenschutzprinzipien, die uns bekannt sind, das Recht auf Einwilligung, informiert werden über Datenverarbeitungsvorgänge oder auch, dass wir unsere Daten löschen lassen können. Das sind eigentlich Sachen, die stehen im Bundesdatenschutzgesetz drin. Wir können sie nur leider sehr selten anwenden. Darauf zählt der Kommissionsvorschlag. Zum anderen gibt es so ein kleines Update ins digitale Zeitalter, könnte man sagen. Zum einen hat man die datenschutzfreundliche Technikgestaltung dort integriert, Privacy by Design genannt. Das sagt, dass Dienste von Anfang an datenschutzfreundlich designt werden müssen. Und zum anderen hat man noch das Recht auf Datenportabilität eingebaut, was vielleicht noch nennenswert wäre. Das würde es möglich machen, meine Daten von einem Diensteanbieter zum anderen mitzunehmen. Also zum Beispiel von Twitter zu Identika. Und das ist eigentlich das gleiche Prinzip, wie wir es jetzt bei den Mobilfunkrufnummern schon kennen. So, dieser Verordnungsvorschlag geht das ordentliche EU-Gesetzgebungsverfahren. Das heißt, der Kommissionsvorschlag wurde dann übersendet an das Europäische Parlament und an den EU-Ministerrat. Genau, seit Mitte 2012 geht der Verordnungsvorschlag also durch das Europäische Parlament, das in den verschiedenen Ausschüssen seine Position zur Datenschutzverordnung festlegt. Zunächst hatten wir da die sogenannten meinungsgebenden Ausschüsse. Die meinungsgebenden Ausschüsse sollen nur eine Orientierung geben für den wiederum federführenden Ausschuss, der dann die Position des Europäischen Parlaments zur Datenschutzreform final festlegt. Anfang 2013 war die Datenschutzreform relativ präsent in den Medien. Das lag daran, Stichwort Lobbyplag, dass in den Berichten der meinungsgebenden Ausschüsse sich Forderungen der Industrie eins zu eins wiedergefunden haben. Und da gab es ja dieses tolle Lobbyplag.eu-Projekt, was wir auch in der Seabase gefeatured haben. Und genau, das Projekt hat es super politisiert. Eine Weile hat gefühlt ganz Europa über dieses Datenschutzgesetz gesprochen. Nur, wie es immer so ist, als es dann eigentlich wichtig wurde, hat es niemanden mehr interessiert. Nämlich, das waren nämlich erst die meinungsgebenden Ausschüsse. Als der federführende Innenausschuss, der Liebeausschuss, angefangen hat, über das Gesetz zu diskutieren, war eigentlich die Aufmerksamkeit weg. Im federführenden Liebeausschuss wurden über 3000 Änderungsanträge eingereicht. Das ist eine weitere Besonderheit. Wie geht man mit 3000 Änderungsanträgen rum? Man kann nicht im Plenum des Ausschusses darüber mal so eben diskutieren. Man kann auch nicht 3000 Änderungsanträge abstimmen. Was soll da für ein Gesetzesentwurf rauskommen? Deshalb hat sich im Europäischen Parlament folgendes Verfahren etabliert. Der Berichterstatter des Ausschusses, das ist der Jan Philipp Albrecht von den Grünen, hat sich im Frühjahr, im Sommer und im Herbst 2003 mit den Vertretern der anderen Fraktionen, den sogenannten Schattenberichterstattern, im Hinterzimmer eingeschlossen und über Kompromisse verhandelt. So, das kann man jetzt, auf der einen Seite ist das natürlich sehr effizient. Man kriegt irgendwie, das ist irgendwie eine Möglichkeit, diese 3000 Änderungsanträge zu handeln. Auf der anderen Seite kann man es halt auch als super undemokratisch betrachten. Kurzer Exkurs aus NGO-Sicht. Für uns war es halt sehr schwierig, das an euch da draußen sozusagen zu vermitteln, warum es jetzt gerade wichtig ist, die Abgeordneten unter Druck zu setzen, weil man sieht diesen Vorgang nicht, weil er im Hinterzimmer stattfindet. Zugleich hat sich der Abstimmungstermin immer weiter verschoben und wir haben sozusagen die kafkaeske Situation, dass da was sehr Wichtiges passiert, aber die Campaigning-Mechanismen, die man sonst eigentlich benutzt, die Leute auf einer Abstimmung trimmen, sagen, da geht es um was, schreibt den Abgeordneten eine E-Mail, haben nicht gegriffen, weil es eben keinen festen Termin gab und die saßen dort im Hinterzimmer in Brüssel. So, ich habe ja gesagt, die haben über ein halbes Jahr zusammengesessen oder ein halbes Jahr ungefähr und im Oktober sind die dann endlich aus den Kompromissverhandlungen rausgekommen und haben gesagt, wir sind fertig, wir können zur Abstimmung gehen. Und da hatten wir dann die nächste kafkaeske Situation, nämlich wir mussten den Leuten sagen, ja, ihr könnt jetzt euren Abgeordneten gerne noch eine E-Mail schreiben, aber eigentlich haben die sich schon festgelegt. Die Kompromisse der Gruppe, die Kompromisse zwischen den politischen Gruppen zum Datenschutzgesetz waren nämlich einstimmig. Das heißt, wir haben dann noch eine kleine Kampagne gemacht. Eigentlich hätten wir uns die sparen können, weil die Vertreter der verschiedenen Gruppen bereits einer Meinung waren. Und um das nochmal zu verdeutlichen, die sind am 17. Oktober an die Presse gegangen, haben gesagt, wir sind fertig. Am 21. Oktober wurde bereits abgestimmt. Also unsere Kampagne ging nicht mal eine Woche und dann lag auch noch ein Wochenende dazwischen. So, jetzt kommen wir endlich mal zum substanziellen Teil. Wir waren zunächst relativ positiv überrascht, was da rauskam. Nämlich Kernpunkte des Kommissionsvorschlags sind erhalten geblieben. Das sah vorher bei den meinungsgebenden Ausschüssen überhaupt nicht so aus. Das muss man mal dazu sagen. Das wären zum Beispiel die Sanktionen, die sogar wieder leicht erhöht wurden. Das Recht auf Datenportabilität, was ich erwähnt habe, was uns auch relativ wichtig war, ist erhalten geblieben. Dann ist sogar noch eine Neuerung dazu gekommen, nämlich die sogenannten Privacy-Icons. Das Europäische Parlament hat vorgeschlagen, so eine Art Bildsprache für Datenschutzbestimmungen einzuführen. Ähnlich wie wir sie von Creative Commons kennen. Das war auch eine Langzeitforderung von netzpolitisch Interessierten. Ich glaube, es gibt da seit 2007 irgendwelche Vorschläge. Ich glaube, es gibt irgendeinen Netzpolitik-Artikel, der hat bereits 2007 solche Privacy-Icons gefordert. So, jetzt hat die ganze Sache aber auch Schattenseiten. Der Lobbyismus hat auch hier seine Spuren hinterlassen. Und zwar bei den Stichworten berechtigtes Interesse, Profilbildung und pseudonyme Daten. Was ist das berechtigte Interesse? Das berechtigte Interesse erlaubt Firmen, ohne eure Einwilligung, Daten zu sammeln. Und ein konkretes Beispiel wäre, Google hat auf Basis des berechtigten Interesses, ich glaube vor einem Jahr war es, seinen allgemeinen Datenschutz, seine allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert. Die haben gesagt, wir legen jetzt die Google-Dienste zusammen, was vorher No-Go war. Vorher hieß es immer, ich benutze Gmail und kann unabhängig davon die Google-Web-Suche benutzen. Konnte mir aber sicher sein, dass die Daten dieser Dienste eigentlich nicht, zumindest in der Theorie, nicht zusammengelegt wurden. Damit hat Google gebrochen. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich auf das berechtigte Interesse bezogen. Sie haben gesagt, wir haben ein berechtigtes Interesse, diese Daten von euch zu verarbeiten. Deshalb müssen wir euch nicht fragen. Google war allerdings noch so nett, die Nutzer zumindest darüber zu informieren, das muss man dazu sagen. Weiterhin wird das berechtigte Interesse in der Werbe-Direkt-Marketing-Industrie benutzt, sowohl online als auch offline. Es wäre also an der Zeit gewesen, dieses Schlupfloch für Datenverarbeitende Firmen irgendwie zu stopfen. Das hätte man machen können, indem man ganz konkrete Fälle definiert, in denen dieses berechtigte Interesse nur greifen darf. Oder man hätte von vornherein gesagt, es ist so eine vage Konstruktion, die sparen wir uns. Das Europäische Parlament hat sich in seinem Bericht das berechtigte Interesse eben nicht gespart. Es hat es sogar, ja zum Teil sogar ein bisschen ausgeweitet. Und es wurde gesagt, es ist immer im berechtigten Interesse der Firmen Daten zu sammeln, solange diese Pseudonymen vorliegen. Ähnliches hat man bei der Profilbildung gemacht, auch dort hat man gesagt, auch dort lässt man den Firmen sozusagen die Abwägung, solange keine erheblichen Auswirkungen für die Datensubjekte, also für euch, beziehungsweise keine rechtlichen Konsequenzen drohen, darf die Firma Profile aus euren Daten bilden. So, damit macht man ja quasi den Bock zum Gärtner. Wir haben also zweimal dieses Bock zum Gärtner-Prinzip, einmal beim Artikel zur Profilbildung, einmal beim berechtigten Interesse und auch bei der Profilbildung, auch die Profilbildung soll immer erlaubt werden, solange nur Pseudonyme Daten verarbeitet werden. Warum ist das schlecht? Also zunächst spielen Pseudonyme Daten überall dort eine Rolle, wo wir online identifiziert werden, werden wir glücklicherweise keine Ausweispflicht im Internet, deshalb werden wir dort über unsere Devices, mit denen wir uns im Netz bewegen, werden wir dort getrackt, genau so werden im Netz Profile erstellt und diese Tracking-Industrie ist wachsend, wie ihr vielleicht wisst. Google hat letzte Woche oder vor zwei Wochen angekündigt, dass man Nutzer jetzt auch über Geräte hinweg tracken will und ich finde, da könnte man zumindestens mal um Erlaubnis fragen. Das Europäische Parlament fand das jetzt leider nicht. Und man muss noch dazu sagen, das ist jetzt eine Auslegungssache, aber ich finde, man tut so Prozessen wie DunaTrack, wo man versucht, sich auf gemeinsame Regelungen über Tracking zu verständigen, tut man damit einfach im Bärendienst, meiner Meinung nach. Weil die Firmen einfach nicht mehr gezwungen sind, sich mit den Nutzern oder mit den Vertretern der Nutzern an einen Tisch zu setzen und Regelungen zu verabschieden, die irgendwie ein Einwilligungsmechanismus darstellen. Man lässt diese ganze blühende Industrie überlässt man dem Opt-out. Und weiterhin Leute, die auch so ein bisschen Ahnung von der Materie haben, zum Beispiel, ich habe mich mal mit Max Schrems unterhalten, der meinte wiederum, dass dieses Schlupfloch mit den Pseudonymen Daten von den Rechtsabteilungen der großen Firmen noch ganz anders benutzt werden könnte. Weil man nämlich sich irgendwie immer darauf berufen kann, dass die Daten in den Datenbanken ja eben Pseudonym sind, weil man Ordnungsnummern zuweist. Das lässt sich ja viel leichter durchsuchen. Facebook-Profile lassen sich viel leichter suchen und Listen für Computer, wenn die Ordnungsnummern statt Namen haben. Das wäre dann, das ist vielleicht so ein bisschen paranoid, diese Denkart, aber bei gewieften Rechtsabteilungen, wie sie große Konzerne haben, ist das vielleicht gar nicht auszuschließen. Unser Fazit des Berichts des Europäischen Parlaments ist also eher nicht so toll. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es jetzt noch in die Verhandlungen mit dem Ministerrat geht, der eher datenschutzskeptisch ist und man schon vorher signalisiert hat, wir lassen uns da auf Kompromisse ein. So, jetzt habe ich bestimmt schon ein bisschen zu viel gelabert. Ganz kurz, ganz kurz, wie geht es weiter? Die Position, die der Innenausschuss des Europäischen Parlaments jetzt verabschiedet hat, ist gleichzeitig das Mandat des Berichterstatters, also Jan Philipp Albrecht von den Grünen, um mit der Kommission und mit dem Ministerrat über einen Kompromiss zu verhandeln. Vorher muss allerdings der Ministerrat seine Position festlegen, so wie es das Europäische Parlament jetzt eben im Oktober getan hat. Und der Ministerrat hat relativ deutlich signalisiert, beziehungsweise einige Länder im Ministerrat haben relativ deutlich signalisiert, dass sie daran kein Interesse haben, eine schnelle Verabschiedung der Datenschutzverordnung vorzunehmen. Zu diesen Ländern gehören Großbritannien, Schweden, aber auch Deutschland. So, und ich würde sagen, ich habe schon relativ viel gesagt. Ich habe euch hier nochmal die wichtigsten Kernpunkte zusammengefasst. Ich würde mich freuen, wenn wenigstens das von dem Vortrag bei euch hängen geblieben ist und würde euch weiterhin noch mitgeben, wir werden bestimmt diese Kampagne weiter verfolgen, aber wir brauchen natürlich auch euch, um der Bundesregierung da ein bisschen auf die Finger zu hauen, damit ich hier in drei Jahren nicht noch stehe und euch erzählen muss, dass wir irgendwie über die Datenschutzreform verhandeln, sondern dass wir dieses Ding endlich mal fertig bekommen. Die Datenschutzreform zu verzögern, ist nur im Sinne der Industrie. So viel kann gesagt werden. Ja, danke. Ja, Fragen. Ja, kurz bevor Fragen gestellt werden. Wir haben hier einen Livestream laufen. Wer jetzt die Frage so stellen möchte, dass er dabei nicht gesehen wird, kann sich da in diese Ecke da hinten stellen und die Frage von dort stellen. Ansonsten, ja, Fragen von überall. Ich will hier die Mikrofone einfach mal durchreichen. Dann gleich als Nächster. Ja, erstmal danke für den Vortrag. Diese Sanktionen, da haben wir uns ja alle drüber gefreut, also auch die Datenschützer in den Firmen, weil 5% des weltweiten Konzernumsatzes ist eben eine Zahl, die kann die Risikoabteilung bewerten und damit versteht auch das Management, was es bedeutet. Jetzt ist meine Frage, wie bezieht sich das neue, die Datenschutzgrundverordnung auch auf den Staat und auf staatliche Institutionen, weil das auf uns Corporates irgendwie wirkt, ist klar. Aber muss jetzt zum Beispiel dann auch irgendwie ein Land oder eine Behörde 5% ihres Budgets fürs Folgejahr irgendwie dann für Datenschutzskandale bezahlen? Das würde ja dann wenigstens mal ein bisschen wirken. Das ist eine gute Frage, bei der ich leider schon passen muss. Also die Datenschutzverordnung, das hatte ich jetzt einfach aus Vereinfachungsgründen mal ausgespart, gilt auch für öffentliche Behörden, nicht für den Bereich Justiz und Strafverfolgung, aber eben auch für Ämter und so weiter. Wie das genau geregelt wird mit Sanktionszahlungen in diesem öffentlichen Bereich, da muss ich leider passen. Da müsste ich nochmal nachschauen. Ja, meine Frage ist, wie sieht es aus mit dem Diskontinuitätsprinzip auf EU-Ebene? Also in Deutschland wäre es ja so, wenn Bundesrat, Bundestag sich nicht einigen könnten innerhalb einer Legislatur, dann wäre da drauf gelutscht, dann müsste alles nochmal neu anfangen. Und wie ist es auf EU-Ebene zwischen Rat, Kommission und Parlament? Weil da stehen ja im Mai auch durchaus neue Sachen an. Genau, das wäre eine Sache gewesen, die hätte ich noch erzählt, wenn ich nicht gekürzt hätte. Es verhält sich folgendermaßen, wir haben in der EU kein Diskontinuitätsprinzip, das heißt, es wird weiter verhandelt. Problem ist allerdings, wir haben jetzt ein gewisses Momentum und hätten noch ein Zeitfenster, das bis vor den Europawahlen durchzukriegen. Das ist vor allem im Interesse der Europäischen Kommission und auch im Interesse des Europäischen Parlaments, weil sich vor allem der Berichterstatter und die Justizkommissarin Reding wollen sich natürlich gewissermaßen auch profilieren damit. Das muss man schon sagen. Auf der anderen Seite, ich finde es unterstützenswert, das bis 2014 durchzuziehen, weil jetzt haben wir ein gewisses Momentum. Ich will gar nicht anfangen von einem NSA-Skandal, der vielleicht mehr für Datenschutz sensibilisiert hat, auch wenn es nicht ganz die gleiche Debatte ist. Genau, jetzt haben wir einfach ein Momentum und es ist im Interesse der Industrie, diese Datenschutzreform zu verzögern und am besten sogar noch ins transatlantische Freihandelsabkommen zu ziehen. Wenn man es bis 2014 durchkriegen würde, wäre das nicht der Fall. Ist allerdings mit einem blockierenden Ministerrat relativ unwahrscheinlich, deshalb wird es nach den Europawahlen dort irgendwie weitergehen. Und ich habe nochmal, damit man diese Industrieposition, das fand ich sehr schön, das Zitat, als Angela Merkel auf dem EU-Gipfel gesagt hat, dass man die Datenschutzreform wahrscheinlich nicht bis 2014 im Ministerrat verhandeln können wird, stand danach folgendes Industriezitat in der Financial Times. Ja, also das sagt, glaube ich, eine ganze Menge. Es ist sehr unterstützenswert, das schnell durchzukriegen und der Regierung ein bisschen auf die Finger zu hauen. Weitere Fragen? Sehe ich jetzt nicht. Doch, da. Ja, nur ganz kurz, wenn du sagst, der Regierung auf die Finger hauen, was heißt das? Was folgt jetzt noch an Kampagnenarbeit? Was genau passiert da? Das müssen wir uns erstmal noch überlegen. Sicherlich mit Regierung auf die Finger hauen meine ich ganz einfach, jede Gelegenheit nutzen. Zum Beispiel in den Koalitionsverhandlungen ein klares Bekenntnis für eine schnelle Verabschiedung der Datenschutzverordnung einfordern. Ein klares Bekenntnis heißt, man nagelt sich auf einen Termin fest und sagt nicht, wir werden das schnellstmöglich verabschieden. Das wäre für mich so eine ganz klare politische Forderung, die man stellen kann. Ansonsten sind natürlich auch der Ministerrat, die Bundesregierung und die zuständigen Leute dort, das sind Menschen, die haben E-Mail-Adressen, die kann man natürlich auch kontaktieren, wenn auch die Transparenz bzw. die Erreichbarkeit nicht so gut ist wie bei den Europaparlamentariern. Ich werde jetzt hier nichts Falsches versprechen, aber ich denke, dass da noch was kommen wird von digitaler Gesellschaftsseite. Okay, gut. Dann bedanke ich mich erstmal soweit. Wenn dann nachher noch...